Hallo, da bin ich wieder und heute gestalten wir wieder einen lustigen Kürbelstrauß, aber mal ein bisschen anders. Und zwar fangen wir an, da bekommt unser Kürbel erst eine Mütze. Diesmal haben wir solche Bischofsmütze. Ich denke, man macht die auch ganz toll. Den setzen wir erstmal den Hut auf, diesmal klappt es nicht so einfach. Und miete einen Holzstock ein und dann beginnen wir einfach wieder mit etwas Grünes. Was ihr wieder so da habt, diesmal hat es auch schöne Schusterpernlätter. Wenn die so rumknickt, macht es sich immer richtig gut. Bisschen Elex. Und meine Puscheln. So. Mh, ein bisschen knapp hier zur Grün. Aber ich denke mal das reicht. Wichtig ist ja der Kürbis. So. Binden wir zusammen. Entweder mit Bindebast oder Draht. So. Ein bisschen geradeschneiden. Reinein. Reinein im Wasser. So. Und jetzt muss ich mal richtig klinisch zu. Jetzt bekommt er erstmal einen Tauben. Die Füße, die drehen wir hier so zwischen. So, sieht auch ganz lustig aus. Und wie ihr seht, auch schnell nachzumachen. Manche Materialien bekommt ihr bei KICK oder TV oder ihr werdet schon eure Läden haben dafür. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachgestalten. Tschüss. So, ich sagte, ich mache ein bisschen mehr.